Ah, da sind wir wieder, äh... Ich muss noch kurz weg, äh... Muss noch kurz weg? Die Frau ist auch da, die werdet ihr gleich wieder hören. Die Frau ist auch da, boah, Alter, wie... 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 Wie kaltherzig. Ja, die müssen wir auch. Die ist auch noch da, ja, du mich auch. So, die darf dann schon mal den Tisch auswählen. Mach! Talon, dein Schild... Oh, stay together, stay together! Talon, du bist so heiß, du brennst! Also zumindest dein Schild. Ja, klar. Ich bin eine flammende Infernung. Oh mein Gott! Elfer! Launching in 3, 2, 1, äh, los, 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 los! Du hast vergessen, die Punkte vorzulesen. Die sind wichtig. Punkte liest man nicht, Punkte sieht man nur. Haha, ich seh' den meisten Sternchen. Haha, ich seh' den meisten Sternchen. Ich hab' so'n sexy Mönchen im Ladebildschirm. So, jetzt sind wir hier im Bäumchen, he? Das Bäumchen hat ein Träumchen. Ich kann auch... Oh, ich kann mal runterfallen, cool, und tschüss! Wuhuuu! Oh, okay, das ist tief runter. Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Hier kann man, glaube ich, auch ganz tief rein, ja? Oh ja, sehr tief. So, da wir es alle ausprobiert haben, können wir ja mal anfangen. Aber auch saugeil designt wieder hier die Map. Also hier ist auf jeden Fall das Flugschiff gelandet. So, und alle Fragen, also gelandet, wo ist denn abgestürzt? Oh, hier hängt es. Ja, komm. So, teilweise. So, teilweise. Ja, ich will jetzt, ja. Ich weiß aber nicht, was diese Forge, diese Schmiede sein soll. Da kann man nur allerdings... Ach, übrigens, äh... Ich habe hier was niedliches geentdeckt hier oben. Was niedliches? Ich bin's nicht. Nee, das ist klar. Ich habe hier, äh... eine Katze mit nem Hu... äh, mit nem Helikopter-Rucksack gefunden. Oder Hamster, keine Ahnung, der ist über und da. Loll, what the fuck is das für ein Vieh? So, das war Fullscreen die Aufnahme. Wumm. Das guckt so'n bisschen deprimiert, wie diese... Wie diese Katze da, in meinen, diese Teams. Hier über... Knapp irgendwo über mir, ihr müsstest das sehen. Hier hinten. So weit. Siehst das? Da, wo der blaue Magier durchhüpft. Da sitz... Da liegt auch ein... Da liegt auch ein verletzter kleiner Knops hier. Weiß nicht, ob der verletzte oder ob der einfach nur besoffen ist, weil er doch diesen riesen Fass. Ich töte ihn mal. Die sind eher bes... Die beiden sind eher besoffen aus. Oder sie sind... Oder sie sind ohnmächtig. Vermut' ich eher das. So, ich guck jetzt hier hinten grad mal. Wie kommen die denn hier oben? Kommen sie lang? Das ist aber einfach zu verteidigen, wie es aussieht, oder? Ja, ob das so einfach zu verteidigen ist, würde ich jetzt noch nicht unterschreiben. Ich mein, es wirkt auf jeden Fall so. Also ich kümmere mich auf jeden Fall hier, wo ich gerade stehe, mal drum. Das geht ganz gut um meine Barrieren auf jeden Fall. Ja, kommen sie lang. So, hier kommt nichts mehr. Das müsst ihr erstmal analysieren. Ja, tu ich ja. Und abbauen kann ich sie immer noch, wenn's fail ist. Und abbauen kann ich sie immer noch, wenn's fail ist. Was macht das denn? Suppressing Air Lane? Ja, das greift durchaus mit an. Das schießt auch an den Windhoch lang. Äh, ja. Wie teilen wir das jetzt am günstigsten auf? Also, ich hab hier unten schon mal zwei Barrieren gesetzt. Die Ebenen, das sind halt mehrere Ebenen, das mach ich dann halt etwas anstrengend. Ne, ich weiß. Das sah auf der gerade eben noch cooler aus. Aber das Gute ist, die Wege sind relativ eng. Das heißt, man kann sie mit Barrieren auf jeden Fall gut zustellen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich nutze erstmal die Ecke hier mit. Mhm. Können wir nicht mal um die ganze hier oben. Wo ist denn hier in Engen passen, Router? Ja. Nämlich den hier. So. Ich komm hier nicht hoch, ich komm hier nicht hoch, ich komm hier nicht hoch. Alter. Ich hab grad so doof zu springen. Spring, mein kleiner Spring. Eigentlich wäre es bis kontraproduktiv, Feuertürme in einem Baum zu stellen, oder? Wenn man sich spielen. Ich weiß aber, wenn man es jetzt genau nehmen würde. So, ich geh mal ganz nach oben. Ach nee, das geht ja hier gar nicht weiter nach oben. Hehe. Jetzt greift er an. Hat jemand noch sieben Kristellchen für mich? Ich hab nix mehr. Jetzt greift's an, siehst du? Ich seh's. Ich schieße auf die Drachen da oben. Uh. Drachis. Sie sind voll süß. Ich will einen von denen haben. Ja, sie wollen uns wahrscheinlich aber anzünden. So, ich bin wieder mit von der Partie und brauch jetzt bitte mal zwei Mauern. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann ja eines hinsetzen. So viel hab ich noch. Eddie, mor... setz ich. So, ich würde sagen, ihr beide kümmert euch schon um die anderen drei Gänge. Ich kümmere mich allein um den hier hinten. Ja. Oh. Ah, das ist glaube ich n Ticken zu weit vorne. Ja, wobei es geht. Mal machen. Kann dir noch einen Frosttürmchen hinstellen, wenn der irgendwas nutzen würde. Ne. Die Frosttürmchen wären wahrscheinlich gar nicht so ne schlechte Idee, dass du an jeder Lane einen hinstellst. Gut. Ich kann jetzt noch maximal einen bauen. Ich muss erstmal hier bei Sue einen hin. Ne, bau erstmal einen bei dir noch hin. Ich geh erstmal in die Mitte und baue da. Ich kann das hier noch weiter. Die Mitte, die Mitte mache ich komplett und äh... Wie ist eigentlich alles soweit? Bist du hier schon fertig? Ja, da hast du da oben. Hast du hofft, dass die nicht an den mittleren Spawnpunkt kommen, ne? Ja, brauchst du hier noch was? Wow. Ja. Beziehungsweise, ich setz sie noch ein kleines Stück weiter vor. Mal ganz ehrlich. Ja. Die letzten beiden Karten toppen echt alles hier. Also vom Design her auf jeden Fall. Also vom Design her hammerhart. Was hättest Lob an die Entwickler? Mhm. Gut, ich hab noch drei. Du hast noch drei Lobe frei? Nein, ich hab noch drei Steinchen. Ich hab noch drei. Ganz klar. Wie ist gerade die Bälle vor'n Kopf geht dort oder drei? Die Bälle. Ich hab noch zu bauen. Ja, ja, ja. Perfekt, ja. So, Info, kurz. Ich hab grad kurz was gegessen, deswegen wollte ich euch jetzt nicht so ausschmerzen. Ich musste bei uns Hunger stillen, aber die beiden Herrschaften wollt unbedingt weiter aufnehmen. Ich probier mal, ob ich jetzt zwei Türme nebeneinander hinkriege. Ich quatsch dir jetzt voll ins Wort, ey. Ich bin total... Ja, ja. Mach doch mal. Einfach immer mitten ins Wort fallen. Weil ich kann dir balancieren. Wui. Ich mag diesen Baum. Ich will hier einziehen. Ich will hier wohnen. Dafür hatte ich immer eine warme Brücke und ihr nicht? Ich hab noch Reißpfanne von gestern. War doch ein bisschen mehr als erwartet. Herr I? Nee, nee, nicht I, die ist noch gut gewesen. Das ist nicht. So, ich bin dann so weit. Wie zu. Dann lass mal probieren, wie es geht. Ja, nee. Schauen wir mal. Ich denke mal, die erste Runde wird relativ lustig, einfach. Boah, vielleicht noch nicht. Dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Es war ganz hart. Abwarten. Na, ich kenne das. Abwarten. Na, ich kenne das. Abwarten. Abwarten. Und Cola abbringen. Oder was man halt so hat. Fanta. Wasser. Tee. Möchtest du Wasser? Ja, gerne. So. Ein bisschen selten hast. Ja, warum nicht? Ich geh mal da oben bitten. Eigentlich ist das nur stecknormales Interfallwasser. Aber ich... Erzähl's kann. Achso. Ja, gut. Ich... Ich... Ja, der ist ein bisschen Schmerz für mich. Wow, okay. Oh, deine Barrierewurzen hat schneller Bumpf gemacht. Okay, das ist natürlich mit einem Flamenburg-Tower. Ja, hier und in die Ecke ist hart. Ich glaube eher los. Ich hab' echt hingestellt. Ja, da was... Achso. 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 Hab ich grad auch hier. Nix da, Was bei den Sachen nicht kaputt. Es ist die erste Karte, wo ich sage, hier wird das Spiel sowas von angebracht. Auf jeden Fall. Aber müssen wir also hinkriegen, schauen wir mal schon, schauen wir schon. Das geht aber, es geht nicht nur. Das Geht doch kinder. Mann, ist doch da, wo ein Sowler aus der Sp board wird. hier habe ich abgeholt den Korn und einiges was kaputt und seit Jahren er hätte ich bin auf dem Weg dahin irgendwie hier so lange laufen das wird beschäftigt in dem engen Pass der Proben so gut dann haben wir etwas kaputt schön schön das Tor überlebt gegen aber gegen kann man machen jetzt kommen ja noch Flieger übrigens cooles Scheiße ja bei mir das ist aber okay da kann ich nicht mehr reagieren ich hab ich hab eigentlich eine relativ geile Ecke weil ich mich relativ hoch postieren kann und dadurch wo habe ich jetzt eigentlich ein Tor da habe ich halt relativ viel mitgeben das wir kriegen wieder nur 100 mehr und ein wenig weil ich unten und das soll jetzt eine Herausforderung werden ja das sind schon die Pro Maps sind das jetzt schon ich finde die Map so unglaublich geil vor allem dass man hier oben auf den Ranken einfach rumrennen kann und überall landet oh ja das ist ziemlich cool so ich habe noch sechs von den so ich muss bei mir eine kleine Umbaute vornehmen mein Eistower ist einfach nur nützlos die stehen nämlich einfach zu weit hinten so stellen wir jetzt hier hin ja der friert die leute zwar ein aber ich hab den da an der stelle da wo der stand hat er nicht viel gebracht hat da hätte die Viecher halt eingefroren wo sie eh schon da waren ich müsste ihn halt so stellen dass er das vorher irgendwann machte und die Viecher länger brauchen überhaupt bei den Fallen anzukommen hat jemand noch Steine für mich oder? also ich bräuchte 1 und 11 1 und 11 ich bräuchte idealerweise 17 wenn noch jemand hat ich kann euch nur 2 geben also ich brauche 11 so wenn du näher dran bist mit 11 als 17 gebe ich dir mal meine 2 jetzt brauche ich noch 9 komm mal her jetzt so vorkommen von Ihnen Herrschaft immer wieder gerne ich könnte bei Gelingert dann einen Ballon brauchen nächste Runde da können wir drüber reden und äh wir müssten am besten wahrscheinlich auch bei Herrn Vortex ein paar Dinger hinstellen ja da muss ich mal schauen das war letztes Mal weil ich diesen verdammten Idioten übersinnete sich da einbuddelt und dann ne wo kommen denn jetzt überhaupt die Flieger raus? aus extra Seiten gegangen also bei mir fliegen sie um drüber warte mal ich gucke mal ich hab nie ich hab so ne Vermutung ich hab so ne Vermutung ja doch eben genau das wo ist denn die ich kenne ja nicht noch höher wo ist die Linie denn überhaupt ich seh keine das ist ja das lustige weil bei mir fliegen sie halt über so ein Ast drüber hier die kommen hier oben mit raus vielleicht kommen sie da raus aus der Ecke irgendwo weil so ist es aber so ähnliches bei mir drüben auch ja ich werd's ja da das war zum Beispiel ey ich seh nicht ich wollte doch das Schild springen die kommen mit da oben durch raus ja bei mir sehe ich wo sie rauskommen deswegen glaube ich dass es bei soo eh nicht sein müsste ja ich seh es schon kommen hm irgendwie wählen da noch blätterfröhliche ach da sind sie schon die kann man gleich bei dir rum jaja und das ist ja auch schon schreit rechtzeitig um Hilfe Hilfe wo kam der her boah keine ahnung ihr müsst aufpassen die sind heimtückisch tückisch ziemlich oh hier kommt echt voller Ladung Flieger raus wo ist es bei denen die baggen sich hier in den engen Lanes gegenseitig über den Rand die sind deswegen da irgendwie reingekommen ähm wo ist es na 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 da keine Flieger kommen die jetzt eigentlich ganz gut aus mh die Flieger könnten schon arschig werden ein bisschen ja das ist glaube ich dann sagt mir dann gleich noch mal wo ihr bei uns ist ein Arkane Barriere kaputt scheiße das ist wieder bei mir da kommt auch einer durch Talons ich rette euch ich bin seit der Bank von Helm's jetzt gut weil ich hab hier nämlich oben auf der oberen Lane grad nirgends liegt ein kleines Problem wuhuhuhu aaaaaaah kattet mich danke danke ich hab wohl eine Lane gerettet verhalb ich bin nicht dabei so so ich weiß nicht mal so dreist ob ihr die grünen Kristalle geklaut habt ob ich euch jetzt das Ballon Ballonchen bauen kann ähm vielleicht die Türme schießen nach oben ne das Problem ist aber eher so hier unten die Ecke das hier ist mein Hauptproblem ja aber hier kommen da unten kommen die doch am Mai äh da kommen die doch aber hier unten machen sie mir halt verständlich immer alles kaputt ich bräuchte ich würde einen einzelnen Ballon hier bitte nehmen ja moment 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 erst mal sammle dich kurz ein du hast jetzt so wenig damage das ist alles das ist auch das ich weiß weil ich hatte kein Geld mehr für noch mehr so jetzt lass mich doch mal durch mann lassen sie mich durch ich bin Arzt im ich bin ne ne ich bin Hexen Doktor hat so ihr willst ein Ballonchen nehmen das wär schön ja muss noch deine Sachen reparieren Ja, ich brauch's mir grad noch ein paar Kristallchen holen. Ich brauch's auch mal, wenn ich... Moment, ich muss das wobei die Kristalle finden, dann kann ich dir was bauen. Wo ist die Kiste, wo ist die Kiste da oben? Ich steh direkt da, wo du hinbauen, so als kannst. Oh, ich fick immer weniger, Alter. Das kommt ja so vor, weil der Schnauze nicht immer reicht, danke. So, ich hab nix mehr an Geld, ich bin blank. Hast du denn alles reparieren können? Ähm, so grade besorgt vielleicht 1, 2, 3, 4 Heapoints oder was es ist. Warte, ähm... Warte, ich hab... Einer von meinen Kanonen hier oben hat ein bisschen weniger noch, da fehlen das ungefähr 400. Von 9000 noch was. So tragisch ist es nicht. Warte, warte, ich komm rum. Ja, wenn, dann sollen sie heile sein, aber sonst hat das eigentlich kein Heiler sein. Dann auf der oberen Lane, der schon der weitesten draußen steht, der ganz hinten. Genau. Achso, das... okay, das bist du... das bist du... Neben. Ah, Talons bräut mir noch ein Türmchen da unten hin. Hallo, du kleines Ding. Hm... Mal gucken, wie ich den da hinkriege. Ist der Ballon? Ah, da ist der Ballon schon. Ja... 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 Ein kleines Tümpelchen, das ist voll niedlich. Froschi! Ähm... Ja gut, ich muss sich im Monster kümmert. Du beleid, Froschi. So, das könnte er halten, alles. Und ich bin tot. Ähm... Was ist denn? Was macht ihr denn, ey? Blödsinn? Mehr oder weniger. Wie kommt der hinter die... Wie kam der jetzt hinter die Barrikaden denn hier? Ich sag ja, die bangen sich auf diesen kleinen Lanes gegenseitig drüber. So. Gucken wir mal wieder bei mir. Bei mir sieht soweit alles gut aus. Bei mir fehlt hier grad echt die Mana und ich kann nicht runter. Wieso sendet der das jetzt in Taverne? Bei der Ventan ist doch nicht voll. Das hatte ich aber auch vielleicht vor. Irgendwann hat der einen irgendwie zu Scarefinger geschickt, obwohl ich eigentlich mit dem Ventan noch Platz hatte. Oh nein 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 nein! Wo ist der? Oh je, hier oben bricht mir wieder was ein. Der untere Dings hab ich kurz gerettet. Ja, da blinkt aber auch schon eins rot bei mir auf der Karte. Ja, das ist verständlich. Und hier oben ist alles kaputt gegangen. Oh je. Aber der untere Bahn ist komplett in. Woah. Noch eine, läuft! Das ist eine schwere Map, du. Also zumindest was meine Sachen angeht. Irgendwann ist es nicht so prägend. Ey, als hat er mir fast die Mauer des Troids. Halleluja. Ich dauere ich ruch. Wir hatten ja das jetzt ins Lager geschickt, mit dem das komplett leer. Und er so ja, nö, 4, weg. Nimm mal ins Lager. Warum nutzt du eigentlich nicht die Möglichkeit, hier, äh, von hier oben die Kanonen aufzubauen? Unter anderem. Moment. Bauer, erstmal wieder auf. Dann zeig ich dir wohl. Lipp, 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 lipp. Oh. So, jetzt reicht's mit dieser scheiß Fernkämpfer da hinten, ey. So. Oh, ich bin out, ich bin out of pleite. Out of pleite. Out of pleite. So. Oh, was ausgegeben, was ich ausgeben konnte. Er war ja nicht viel, aber pfff. Ich hab das denn mit dem Ballonchen etwas besser? Zumindest war die untere Länge jetzt weniger das Problem. Aber Hannes war einmal kurz zwischendurch da. Ja, du musst den Ballon halt abzuwenden, ne? Ja. Da hab ich nicht das Geld für. Oder warte, 50. 50. 50 Braucher, ne? Wenn ich nicht kann, werd ich dir da gleich noch so einen Stachelwerfer hinbauen. Aber ich hab das schon. Ich hab dir da oben auch noch eine Kanone hingebaut, den... Ich guck mal kurz, wie man sagt. 100. Ne, 100 hab ich nicht mehr. Ich hab nur noch 60. Dann spare dir die bis zur nächsten Runde auf. Ne, ich muss ja auch mal die Barrieren damit upgraden, die ich grad neu bauen muss, weil die andere Beine kaputt gegangen sind. Titt, 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 titt. Ich möchte ab. So. Und mit dem letzten Rest noch was reparieren und ich hab kein Geld mehr. Wohin? WAH! Schon wieder zu weit gesprungen. Kann auch jemand reparieren, weil auf der untere Land ist bei mir noch was kaputt. Ich hab nur noch zwei. Schade, das reicht nicht. Ich kann gleich... Ich kann noch... Ich hab noch acht. Aber komm, hey, wir sind schon in der vierten Runde. Macht nicht Slap, Boys! Ähm, ja. Ich hätte mein Bestes geben. So, mehr kann ich sie nicht reparieren. Ja. Müssten noch sechs investiert werden. Hab ich nicht. Dann wär zu voll, ja. Ich hab nur noch zwei. Zwei scheinlich. Dann gut, dann... Musst du's so irgendwie halten. Na, ich kann... Ich bin ja glücklicherweise relativ schnell dann mal zu dir rüber. Ich... vorher nicht so mitkämpfen. Flieger, 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 Fl Ja, genau, du kleiner B... Jetzt kriegt er mir genau in die Bauer, obwohl ich ihn vorher abgeknallt hab. Läuft. Greckiger Cheetah-Vogel. Greckiger Cheetah-Bastard-Vogel. Ist doch unfassbar hier. So. Und schon wieder. Greckiger Cheetah-Bastard-Vogel. Greckiger Cheetah-Bastard-Vogel. Greckiger Cheetah-Bastard-Vogel. Scheiße, ey. So, wie sieht's da hinten aus? Könnt ihr die Stellung halten? Äh, jaaa. Aber? Könnte besser sein, sagen wir so. Kommen, glaub ich, Fliegeviecher zu dir. Ich hab da weh grad deine. Ich weiß nicht, ob die Fliegeviecher zu mir oder zu dir kommen. Achso, ich... ...seh auf der Karte zu mir, ist grad keiner. Ich seh sie, aber... Oh, scheiße. Wie sieht's hier aus , das hängt grad kurz wieder. Achst, ich sch... ...schen... ...sack. Das laget grad irgendein kurzen bisschen. Sieh, jah, 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 jah. also ich dachte dass der Welt was durchgebrochen der Untre Lane ist safe jetzt ok ja gut hier oben hat es auch diesmal gehalten aber ich muss einmal sicher drin reparieren ich gucke mir mal nach der Untre Lane mit deswegen ja danke sehr gut oh das werde ich Teamwork Jungs das lobe ich mir ja kostet extra bis da ok ja du kriegst du kriegst später Lolli von mir das hab ich dir versprochen ein Chupa Chups Lick mich äh ok das sag ich dann äh nein das nein ok das könnt grad nein 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 ich hab nichts gesagt nein wusste auch nicht die eine ich freue mich schon noch äh 23 dann könnte man die Mauer hier unten upgraden oder es geräte mal jemand oben den Turm von mir ab der da mit oben steht auch ich muss erstmal einsammeln und dann bei mir gucken so ich hab noch 9 von meinen wunderschönen Kristallen wo ist denn jetzt hier noch 2 da unten da war ich aber schon oder ne hier müssen mal die Dingens repariert werden Leute wo ist der Text? wo musst du seine Mauern reparieren? hm Vortex hat nur kein Geld mehr mal wieder oh ich bräuchte noch 23 ich hab nur 3 ich bräuchte aber noch 23 ich hab nur 3 äh 13 13 mann scheiß Mathe ach braucht keiner ja wer braucht jetzt noch was? ich brauch noch 13 Stück was bist du denn? wir treffen uns bei Imus taverne imus taverne da bin ich bei statt nos taverne nehmen wir jetzt imus taverne mein wegen kommst du mit Vortex zu Imus taverne ja klar natürlich gut das freut mich Imus taverne da gibts das beste Bier ja 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 dann sieht hier auch irgendwo ein Immobilienmakler ja so und nächstes Ohne müssen wir die Mauer hier upgraden ich hab jetzt leider nur noch 18 kann er so nicht helfen ich hab nur noch 2 ich auch nicht ich kann ja nix ich hab jetzt beide Türme von mir hier bei ihm noch geupgradet bei Vortex und das wars dann aber ich hab jetzt leider was bei ihm repariert deswegen mann immer spring ich neben das Schild ich bin auf das Schild jetzt auch bei 0 so ich will auf das Schild nein nicht daneben ahahaha mein mein so voll letzte Runde 246 Gegner müssen sterben denn jetzt sterben sollte ach f*** doch die Hände dann nehm ich jetzt halt das hier bleib ich halt hier stehen ist mir egal ich trau mich dann nochmal die Flieger besser ach lalalalalalalalalalal ha lalalalalalalal Doch. Hö? Scheiße Vögel. Scheiße, scheiße Vögel, Vögel, scheiße, scheiße Vögel! Vielleicht habe ich Juro-Vögel. Also, ich mag Vögel, aber diese finde ich nur scheiße. Hinter Badrache? Egal. das ist irgendwas, das sterben muss bevor es ist irgendwas, das fliegt das ist schon viel, viel das fliegt, das reicht das ist schon tat genug jetzt spring da doch hoch, du blöde Pussy nein, niemals ich habe Angst ja, ja, so stellt die sich auch gerade an ist das gut da hinten bei euch? äh, ich denke schon ja, ich denke, ich bin jetzt hier bei mir gleich durch, dann kann ich helfen, komm ja, ich bin hier gut am ja, aber oben, das Ding ist wirklich auch halbwegs gehalten ja, schön oh, ich hatte kurz Druckler, was war das denn? so ein Joel Lane ist sauer mir ist klar ja, ja, ich habe mir gar nicht, war auch fertig boom, und fertig ja, ordentlich auf die Fresse bekommen und die Arme so, wenn 6 von 6 und kein Boss mal wieder nicht merkwürdig, merkwürdig dafür gibt es wahrscheinlich hier, du musst ich reparier den Turm mal für dich äh ich habe mir eh bloß geupgradet ach, fahrsch uuuh, scheiße tschüss, warte ja, ich dachte mir so, hey, wurzeln aber es war die falsche Wurzel so, dachte mir so, hey, das Leben macht eh keinen Sinn mehr also, genau ich bin eh nutzlos ja, ja so fängt das an hier das zerstört alles zerstört mein ganzes leben jetzt kommen wir dann aber wieder runter von der ebeno schiene nein hast du deine sachen selbstständig reparieren ja zurzeit ja ich hab noch hast du genug money 94 muss ich mal gucken ist am besten da rein stopfen dann abgeräte was so gut ja auch mit der mitsch wenn du reparieren aber das was wackelt und hat wie viel hast du denn ich hab noch 30 heute noch schon fertig gemacht ja youtube dann habe ich jetzt noch 30 über wenn die irgendeiner für euch noch gebrauchen können oder ich sparen mir halt sparsam es keinen sinn mehr macht es die letzte Welle ist hat jemand vier Leute ich weiß wo das incoming ist so bei mir ganz oben die hätte gerne ich hätte gern noch vier stück und komm mal hier hinterher zu dem herrn Wurfex hier kann ich die geben dann kann ich mal eine Falle noch grad auf Dankeschön wow wow mal ist da, wow wow und tschüss ich muss noch ein Spann jetzt mal überall runter warum nicht, ne macht Spaß so jetzt ist das nicht weich, oder? so, ich brauch dich hier oben ich hab ja ne Riesen-Motte Level 21 ja, das ist n Rieseninsekt ein Riesenkäfer ohja, ich sehe das auf der Karte der schafft das, oder? Röhm, du siehst da den großen Lebensbalken, wie rasant der runtergeht. Ja, ich wusste die Fluchtbücher leider abzahlen. Nee, nee, halt, fast schon, solange ich kein Damage umdurchsich presse. Sonst war alles gut. Wie das wirklich? Ähhhh. Kann ich nicht sagen, wenn wir in Bayern alle eingebrochen sind? Ne, wird englisch Du wusstest bei Wattax helfen gehen Ich helfe ihm ja schon Ich helfe ihm unten in der Lane Geht aber um das Riesen-Insekt Wo seid ihr denn? Wenn ich das Riesen-Insekt mit bekämpfe dann hat er ein anderes Problem hier unten Weiß nicht mehr wo er mit dem Vieh ist Ich bin hier bei meinem Türmchen auf der obersten Lane Ich kann nicht Du scheiß Gülen Leck, 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 so kann ich nicht zielen Oh, oh Aber was ist denn jetzt los und treffe ich das scheißbinderte Buch nicht Oh, das Buch ist verpackt bei mir Ja Ich bin Clear, ich komm Das Insekt ist weg Es fliegt weiter Ich bin noch nicht Clear, aber scheiße, wo seid ihr denn? Bei mir ist Clear, ich bin unten Oh, oh, oh Und tot Ich kümmert sich mal einer um das Ich bin hier heute noch am Campen Ja Ja, ähm, ich brauche hier dringend Hilfe, das ist das gleich kaputt Ich brauche hier dringend Hilfe Ja, ist vorbei, ne? Ist vorbei, lieber, bist du da und Scheiße, wir haben die Ex erwischt Ich hab gesagt, ich brauche Hilfe Ich war aufm Weg, ich kann ja nicht wechseln Scheiße, scheiße, scheiße Alter, auf der letzten Lane noch verkackt So, schnell noch einsammeln Ja, du hattest da unten zu wenig Das Insekt hätte von Anfang an sterben müssen Und Talos hätte sich da ein bisschen darüber kümmern müssen Ich kann keinen Schluck Viecher angehalten Was mich aber eigentlich eher irritiert ist Dass halt meine Verteidigungen so ineffektiv alle sind plötzlich Wenn man an den zwei Leveln da oben kann es ja wohl kaum liegen So, weil die Daily mit sich hin kriegt, weil ich ihn nicht rerollen kann Weil das Spiel scheiße ist Also zumindest packt das bei mir, ich weiß nicht warum Dieser Pfeil, der ist nicht da Gibst du, du hast extra schlecht gebaut Du wirst noch eine Folge mehr machen Genau, genau das ist alles geplant Ne, ich glaube, für die Regen jetzt nach der Räumchen hier ist von Preußen einer Mal wieder bis zum Sammeln hier Ich bin gesammelt genug Ja, reiß ich mal zusammen Du spielst aber auch nicht alleine Ja, ich weiß Ich hab zwei Mädchen dabei Ähm Danke Bitte Er ist und bleibt ein Arschloch Nee, ich bin lieber da Ich bin trotzdem lieb Und ich, cool Wuh Ah, ich will mich doch bewegen So Oh man, oh Drück mal G Nö Wenn du alles hast Drückst du G? Nö Kriegst du Tee Hm, was für'n Tee? Pencil Gut Ja Nee, keine Ahnung Ich war gar eh fertig Und Thanos ist noch gestorben Leut Läuft bei euch Leut Ne, fällt Das sind 37 Monster vorm Ende Ja, 37 Monster vorm Ende So viel Damage hab' ich dann leider auch nicht gemacht, um alle noch rechtzeitig zu knochen Ja, immer die Ausrede Ich kann's halt nicht Ich bin so klein und schwach Ja Der wird stärker Haaa Tut mir leid, Fruchtzwerge sind aus Yeah, genau Kauf dir ein paar Fruchtzwerge Nee, die sind alles, die sind leer Sind alle schlecht Kauf dir ein paar Fruchtzwerge, sagt der So Aber Wir sehen uns in der nächsten Runde Bis dann Auf Wiedersehen Alter